So, die Jagd kann beginnen. Willkommen zu einem neuen Video. Woll ich hier links gleich so rüber, oder? Ähm, oh, der rechts ist näher dran groß. Okay, dann lauf ich dir mal hinterher. Hast du geschossen? Nee. Das machst du, ne? Ja, genau. Oh, jetzt höre ich sie wieder ballern links. Ja. Hier ist gleich das erste Rätsel. Ich nehme wirklich an, dass die sich oft aufteilen, einfach. Das macht ja auch Sinn. Das Rätsel ist hier unten. Da ist unten, ja? Okay. Wo der Fleischklopps ist. Okay, der ist tot. Super. Da unten, da geradezu. Dann hat er das bewacht, sozusagen. Gucken, gucken, gucken. Such dir mal eins aus. So, gehen wir mal hier lang. Was mal interessant wäre, was das Gewitter bedeutet, das habe ich noch nicht nachgelesen. Stimmt. Oh. Gucken wir mal, ob wir unseren Gegner wieder irgendwie in die Arme laufen. Oh. Das war ich. Achso. Oh, hinter dir, die laufen hinter dir her. Kommen die auch ins Wasser? Da bin ich mir nicht sicher. Ja, die kommen ins Wasser. Oh, oh. Au. Alter. Diese Fleischertypen sind echt nicht angenehm. Ne. Au. Unsere Gegner ballern auch, der ist schon wieder rechts irgendwo. Oh. So, das muss ja hier irgendwo drin sein, ne? Schnauze. Oh, ne Saatmutti. Oh. Oder ist das keine? Alter, die werden aber wirklich immer fieser und mit mehr Leuten hier. Es sind auf jeden Fall mehr, ja. Da hinten sind auch Hunde. Oh. So. Hier in dem. Ja, danke. Aua. Aua. Was auch blöd ist, wenn man nachlädt, dann kann man nicht zwischendurch einfach schießen. Der lädt einfach bis zum Ende durch. Genau. Das war ja das Problem bei dem einen Video, was wir aufgenommen haben, wo ich ja 30 Schuss bei dieser Pistole hatte oder so. Das war echt übel. Ich habe. Oh. Schwimmt, ja. Diese fette Pistole. Ja. Ja. Denk ich da lang, oder? Hier lang, ne? Ja. Oh, wir sind links irgendwo. Gar nicht so weit weg. Alter, was war denn das von Wolf? Den habe ich auch noch nicht gehört. Der hat ja richtig durchgezogen eben. So. Oh, oh. Alter. Oh. Alter Mann. Hier ist noch ein Hund. Hilfe. Oh, scheiße. Ich bin gleich lieber. Möchte ich dir eine Spritze geben? Ich kann sich wieder schießen. Alter, Übel. Die Kamerl auch. Ich finde, es sind mir Gegner so. Das ist schon ziemlich brutal. Ich fand auch die drei Zombies, dann die zwei Hunde da im Hintergrund. Ja. So, ich spritze mich mal kurz. So. Mal gucken, wo ist denn jetzt das Rätsel? Ja, geradeaus. So. Hier ein Onkel Toms Hütte? Nee, ich glaube hier... Alter. Der Scheiß-Zombie, der hat mich wieder angeburzelt. So. Ach, da oben ist es drin. Hm. Das sind sogar zwei. Vielleicht ist da auch gleich ein Eckgegner drin. Oh. Ich schieße. Oh, okay. Ich hab nur die Saatmotive weggemacht. Das ist ein Quatsch. Das ist ein Quatsch. Das ist ein Quatsch. Das ist ein Quatsch. Die waren schon hier scheinbar. Das Rätsel hab ich ihm gelöst, das draußen. Ach, wir haben schon eins. Die Spinne ist da oben links in der Ecke. Okay. Alter, wo geht's denn hier lang? Witzig. No. Das nenne ich mal Abkürzung. So. Richtung Spinne, oder? Oh. Alter. Ich glaub, ich hab dich auch noch angeschossen. Naja, warte mal. Ich muss mal meine Blutung stoppen. Oh nein. Alter. Wo kommt die denn her? Ich weiß auch nicht. Keine Ahnung. Da hat auch einer die Tür aufgelassen. Ich glaube, da lang wirst du mal. Oh. Oh, da ist noch einer. Ja. Komm mal, ich mach mich mal. Löscht mich mal. Ja. Ja, falls du keine Spritzen mehr hast. Ich hab noch eine. Ja. So. Ich hab zwei Stück, hab ich glaube ich noch so. Oder? Äh, drei sogar noch. Boah, nicht schlecht. Deshalb geb ich's mir gleich nochmal. Ja. Ach, das war auch geil. So. Ich hab nur eine noch. Aber das war echt krass, ne? Da kommen die da oben am Dach nochmal angelaufen. Du musst echt die Türen zumachen. Ja. Höchstens mal Fenster auf zum Lüften. Aber Türen müssen wir auf jeden Fall. Naja. Alter, drei Headshots, ey. Das ist ja wieder einer, den ich messern kann. Sehr gut. Ja. Genau. So, wo mussten wir ihn jetzt lang eigentlich? Hier lang, glaub ich. Ja, da in dieser Mühle da, glaub ich. Sag mal, kann das sein, da oben, ne? Äh, wenn man ganz nah umguckt, hat man ja einen Kompass. Und da ist ja dieser, ähm, rote, ja, was denn das? Rotes, offenes Dreieck da oben zum Haken. Ist das der, das Ziel, wo man langlaufen muss, oder? Ich glaube nicht, weil es dreht sich immer mit. Hm, stimmt. Da war aber keine Munition mehr, ne? Oh. Es wird jetzt interessant. Das war daneben, das war auch daneben. Das war rüber, ab. Ja. So. Scheiß Egel, ey. Also, ich, äh. Jetzt nicht mehr so viel mitschießen, ne? Ne, ich laufe auch gerade weg, weil... Ganz viel durch, ne? Oh, oh. Schnell hier rüber. Ja. Alter. Alter. Mir ist auch immer noch ganz schlecht davon. So, ich setz mal meine Spritze. Ähm, bleib mal vor mir stehen kurz. Ich will ja mal was zeigen. Ich hab hier so ein, äh, Gegenstand. Ich weiß nicht, was man damit machen kann. Stacheldraht hier. Ah ja, das ist hier so eine Falle. Ah. So ein Ding hab ich auch. So, wir sind da. Gibt's ja Munition. Hier. Oh Gott, Zeit, Mann. Ich hab acht Schuss gekriegt. Ui, super. Ist hier noch irgendwas? Also, ich geh mal rein und setz mal die Falle. Hm? Äh, ach nee. Geht's denn hier rein? Was ist denn die olle Spinne? Ach, hier. Also, ich hab da die Falle hingesetzt und jetzt geh ich wieder raus. Okay. Musst du aufpassen, da links ist irgendwo eine Falle. Hm. Halt, ich komm rein. Oh, zum Glück hattest du keine Munition mehr. Genau. So ziemlich. Ja, genau. Du bist genau vor mir gelaufen. So. Wo ist sie? Siehst du, die hat so strümpft fahren. Weihnachtsfäschel. Oh, oh. Alter. Ich war's erledigt. Komm hier mal raus. So, haben wir Knarre. Also, scheiß Vergiftung. Also, sie kommt hier nicht raus, ne? Nee. Ich weiß noch nicht, ob sie sich, äh, regeneriert oder so. Hm. So. So. Sie ist ja eben über mir rumgekrabbelt. Alter. Das Gift spuckt sie schon raus. Ja, ja. Aber richtig übel, ey. Alter. So heftig hat sie mich auch noch nie vergiftet. So, warte mal. Ich muss mir mal eine Spritze setzen, wenn es gleich vorbei ist. Jo, super. Aber ich hab jetzt nur noch drei Pistolenschüsse. Und sonst nichts? Nee. Ah, ich hab, ah, ich hab was gefunden. Oder? Oh mein Gott. Die hat mich angefallen. Okay. Bist du umgefallen, oder? Ja, ich muss gleich wieder raus. Oh Gott. Hast du noch eine Spritze, oder? Ja. Okay. So, dann lock ich sie mal hier ein bisschen rein. Hast du auch passen, die Falle ist da wieder. Hm. Da ist sie ja noch nicht reingetreten, ne? Also, einmal hat sie sie ausgelöst. Okay. Wo ist denn das sie jetzt? Oh. Alter, die ist so flink, ich seh die gar nicht. Ja. Jetzt bin ich schon wieder vergiftet, ey. Oh, jetzt hat sie es mir aber richtig besorgt, hier. Ich geh mal kurz raus. Ja. Jetzt gehst du wieder rein. Ja. Nimm mal einen Wechsel. Oh, bluten tue ich auch, hä? Was ist denn? Ja, jetzt muss ich mich nochmal verbinden, hier. Ja, mal nachladen. Doch, die Falle ist gut, die bleibt da drinnen hängen. Ah, super. Au. Oh, ich werde beschossen. Unsere Gegner sind da. Hast du sie? Ja, ich weiß nicht, ob ich ne... Ja, ist sie. War das du da unten, ja, ne? Was? Ich hab ne, glaub ich, erledigt. Ah, ich bin mir nicht ganz sicher. Ich hab nur noch einen einzigen Schuss. Ah. Scheiße. Muss hier weg. Wie haben sie geschafft? Sie ist tot, ja? Ja. Ah, scheiße. Das war der Gegner wahrscheinlich, ne? Also ich... Geh mal von aus, aber von wo? Ja, von da. Scheiße. Alter, das war übel, ne? Ja. Ah, trotzdem geiles Match. Weil, ich weiß nicht, eine habe ich, glaube ich, draufgeballert und dann nochmal mit der Pistole. Ich weiß aber nicht, ob ich eine getroffen habe. Naja. So, wie immer. Daumen nach oben. Diesmal können wir uns den ruhig gönnen, ne? Ja. Ja. Ja.